Hallo und herzlich Willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hain. Ich freue mich unglaublich, dass Du hier bist, denn heute möchte ich mich einmal mit den dunklen Aspekten unserer Seele beschäftigen. Ein unglaublich spannendes und faszinierendes Thema meiner Meinung nach. Vor kurzem hat mich diesbezüglich eine Frage von einer jungen Frau erreicht, die das Gefühl hat, etwas Böses in sich zu haben und das macht ihr Angst. Vor allem beschreibt sie sich in der Situation, dass sie, wenn sie von schlimmen Dingen hört, in denen sexuelle Gewalt geschieht, dass sie sich kurzzeitig gut fühlt damit. Also etwas eigentlich Böses löst ein gutes Gefühl in ihr aus und damit hat sie im Nachhinein ein schlechtes Gewissen und weiß nicht genau, wie sie damit umgehen soll. Und genau deshalb möchte ich mich jetzt in dieser Folge auch mit diesem Thema beschäftigen. In dieser Podcast-Folge werde ich zuerst einmal ganz allgemein über dieses Böse in uns sprechen, wie das eigentlich zustande kommt, warum die Menschen so grausam sind, was das für Hintergründe hat. Und im Laufe der Folge werde ich natürlich auch auf das Thema Gewalt und Sexualität eingehen, was da für eine Verbindung besteht. Also unglaublich spannende Themen. Und wenn du mit mir in dieses Themengebiet ein bisschen eintauchen möchtest, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, und am Anfang dieser Folge möchte ich mir ganz gerne mal die Frage stellen, woher denn eigentlich dieses Böse in uns kommt? Also woher kommt der böse Anteil in uns? Wie kann das sein, dass die Menschen so einen grausamen Anteil in sich haben? Wenn wir uns die Vergangenheit angucken, es ist ja unglaublich, was für grausame Sachen die Menschen gemacht haben. Und nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart ist es noch so, dass Menschen zu unglaublich grausamen Dingen fähig sind, wo wir selber oft gar nicht nachempfinden können. Und um uns darüber klar zu werden, warum wir diesen bösen und grausamen Anteil in uns haben, den haben wir alle in uns. Nur wir leben ihn in unterschiedlicher Weise aus. Also es gibt Menschen, die leben diesen grausamen Anteil im Außen aus. Es gibt Menschen, die leben ihn nur in ihrem Inneren aus. Es gibt Menschen, die verdrängen diesen bösen Anteil total und haben dann aber selber auch sehr große Probleme mit sich selbst. Und es gibt Menschen, die haben eine gesunde Art und Weise gefunden, wie sie mit diesem bösen Anteil in sich umgehen können, ohne im Außen einen Schaden anzurichten und auch ohne sich selbst zu schädigen. Und das ist natürlich das letztendliche Ziel, wo wir hinkommen sollten, wenn wir uns auf dieser Erde gemeinsam ein friedliches und liebevolles Leben erschaffen möchten. Also warum haben wir diesen bösen Anteil in uns? Warum brauchen wir den eigentlich? Und das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Denn das Leben funktioniert nur deshalb, weil es eben diesen grausamen Anteil in uns gibt. Ohne diesen grausamen Anteil würde das Leben überhaupt nicht funktionieren. Und hierfür brauchen wir uns ganz einfach nur einmal wieder die Natur ansehen. Gerade jetzt um diese Jahreszeit ist das wunderbar zu beobachten, wie grausam die Natur eigentlich vorgeht, um sich selber auszuweiten, auszubreiten, auszudehnen und zu überleben sozusagen. Denn das Leben möchte überleben und das Leben überlebt, indem es sich ausbreitet, indem es sich vermehrt, indem es Raum einnimmt. Denn genau das sichert das Überleben. Und egal um welche Art es sich handelt, geh mal raus, geh mal spazieren, guck dir mal jetzt an, wie alles aufblüht und wie alles wächst. Jede Art möchte so viel Raum einnehmen wie nur möglich. Und dabei geht diese Art grausam und radikal vor und verdrängt alles, was ihm im Weg steht. Dem Löwenzahn ist es total egal, ob da ein kleiner Grashalm da ist, wo er jetzt aus dem Boden schießen möchte. Er wächst einfach und reißt den kleinen Grashalm, der ihm im Weg steht, einfach nieder, wenn er aus dem Boden sprießt. Moos ist auch ein wundervolles Beispiel. Moos nimmt alles ein, was ihm im Weg steht und vernichtet das auch damit, weil es sich ausbreiten möchte, weil es überleben möchte, weil es sich ausdehnen möchte. Bei uns im Garten ist so eine Schlingpflanze, die kringelt komplett die ganzen Äste von den Bäumen ein und nimmt ihnen damit die Nährstoffe. Der Schlingpflanze ist es total egal, was aus dem Baum wird. Es geht immer nur um die eigene Art und um die eigene Arterhaltung. Und dabei geht das Leben unglaublich grausam vor. Und das macht es, weil es überleben möchte. Und dieser Überlebenstrieb hat eine Aggression in sich, die da sein muss. Denn wenn das Leben nicht überleben möchte, gäbe es gar kein Leben. Wenn das Leben diesen Überlebenstrieb nicht hätte, dann wäre es dem Leben egal, ob es am Leben ist oder nicht. Dann würde das Konzept Leben überhaupt keinen Sinn machen. Und genauso ist es auch bei uns Menschen. Wir Menschen haben auch diesen Überlebenstrieb in uns. Wenn wir den nicht hätten, dann würden wir gar nicht um unser Überleben kämpfen. Und dann wäre das Leben ganz schnell wieder vorbei. Also dieser Trieb in uns, diese Aggression in uns, braucht es überhaupt, damit wir leben. Damit wir um unser Leben kämpfen. Damit das Konzept Leben überhaupt funktioniert. Und die Menschen haben sich im Laufe des Lebens ja auch entwickelt. Es ist ja nicht so, dass der Mensch, wie er heute dasteht, in dieser Entwicklung, in dieser Bewusstseinsstufe schon immer da war. Sondern das ging ja los mit diesem Urmenschen. Für den Urmenschen gab es noch überhaupt kein Gewissen. Der wurde überwiegend von dem Reptilienhirn dominiert. Für den war das ganz normal, auch mal ein anderes Leben auszulöschen. Hauptsache er überlebt. Und dieses Reptiliengehirn, das ist auch heute noch Bestandteil von unserem Gehirn. Und je nachdem, in was für einer Bewusstseinsstufe wir leben, desto unterschiedlich dominiert dieses Reptiliengehirn uns in unserem Verhalten. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Entwicklung der Menschheit so angucken, dann könnte man das in drei Phasen beschreiben. In der ersten Phase ging es darum zu überleben. In der zweiten Phase haben wir uns den Umweltbedingungen angepasst und auch gelernt, die Naturgesetze für uns zu nutzen. In der dritten Phase geht es jetzt immer mehr um das Wachsen und Aufblühen von uns einzelnen Menschen und somit auch darum, die Menschheit in eine positive Richtung zu bewegen, die darüber hinaus geht, nur noch zu überleben und uns anzupassen. Jetzt geht es darum, aus dem Leben etwas Schönes zu machen. Aber kommen wir jetzt nochmal zur ersten Phase. Denn die erste Phase war natürlich die Phase, in der wir den dunklen Teil in uns in dem Sinn benötigt haben, zu überleben. Also wir haben einfach um unser Überleben gekämpft. Wir haben uns ausgebreitet auf dieser Erde. Wir haben versucht, unsere Art zu erhalten und auszudehnen. Das machen wir natürlich heute immer noch. Aber das war von Anfang an einfach jetzt mal die erste Aufgabe. Der Mensch ist auf die Erde gekommen und hat sich ausgebreitet, um sich in seiner Art zu erhalten, um sein Überleben zu sichern. Das war die erste Stufe, weshalb wir überhaupt da waren. In diesem Zug könnte die Frage entstehen, ja, wieso hat denn der Mensch sich eigentlich gegenseitig bekämpft, wenn er seine Art erhalten möchte? Denn Mensch ist Mensch und in der Natur ist es eigentlich nicht so, dass sich die gleiche Art gegenseitig bekämpft, sondern eine Art hält eigentlich immer zusammen und möchte sich gemeinsam ausbreiten und ausdehnen. Aber so stimmt das eben auch nicht genau. Es hat etwas mit dem Platz auf dieser Erde zu tun, indem man hineinwächst. Also eigentlich hat es etwas mit dem Ort zu tun, wo man hineinwächst, wo man zusammenhält. Diese Clan-Kriege kamen ja dann zustande, wenn es um einen Platz ging, sozusagen, um diese Raumeinnahme. Und genauso ist es auch in der Natur. Ein Ameisenstamm zum Beispiel, die halten alle zusammen. Die arbeiten gemeinsam, die bauen sich ihr Ameisennest, die schützen die Königin, die halten alle zusammen. Aber wenn dann ein anderer Ameisenstamm denen in die Quere kommt, dann gibt es auch Krieg zwischen den Ameisen. Also es geht immer um den Raum, den eigenen Platz hier auf der Erde. Wenn der in Gefahr ist, dann gibt es Krieg. Das ist in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt so, genauso wie bei den Menschen. Bei den Menschen sind alle Kriege immer deshalb gewesen, weil bestimmte Gruppen versucht haben, einen Raum einzunehmen, um sich weiter auszudehnen und auszubreiten. Bestes Beispiel hierfür ist zum Beispiel diese Vertreibung von den Indianern. Auch in dem Krieg zwischen Russland und Ukraine geht es wieder darum, dass Russland diesen Raum einnehmen möchte. Bei den Kriegen geht es immer um unterschiedliche Gruppen, die zusammenhalten und sich ihren Platz sichern möchten und nicht nur eben ihren Platz sichern möchten, sondern ihren Platz vergrößern möchten, um sich weiter auszubreiten, um letzten Endes das Überleben dieser Gruppierung zu sichern. So ist es auch zum Beispiel bei dieser ganzen Corona-Geschichte abgelaufen. Es gab die Impffürsprecher, es gab die Impfgegner, es gab diejenigen, die für die Masken waren, es gab diejenigen, die gegen die Masken waren. Die haben sich alle zusammengetan und wollten ihr Ziel ausdehnen und ausweiten und durchsetzen und die anderen vertreiben. Dieses sich ausdehnen und ausbreiten und Raum einnehmen, wie es halt einfach in der Natur auch ist, war schon immer der Grund, warum es auf der Erde zu Krieg kam. Wenn jeder geblieben wäre, wo er ist, dann gäbe es vielleicht keine Kriege. Aber in jedem Menschen steckt ja eben auch dieser Forschergeist, dieser Entdeckungsgeist, dieser neugierige Abenteurer. Und dieser Anteil in uns ist auch eben ganz wichtig, damit sich das Leben überhaupt weiterentwickeln kann. Denn wenn jeder Stamm sozusagen da geblieben wäre, wo er ist, in seiner Höhle geblieben wäre, mit dem zufrieden gewesen wäre, was da ist um ihn herum, hätte er sich ja wahrscheinlich auch gar nicht weiterentwickelt. Also um sich weiterentwickeln zu können, braucht es Neugierde. Es braucht diesen Abenteurer- und Forschergeist. Und das ist ein Trieb in uns. Also es ist ein Trieb in uns, immer weiterkommen zu möchten. Es ist ein Trieb in uns, uns immer weiterentwickeln zu wollen. Es ist ein Trieb in uns, immer etwas Neues entdecken zu wollen. Ansonsten hätte sich die Menschheit überhaupt nicht weiterentwickeln können, hätte keine neuen Ideen auf die Erde gebracht, sondern wäre immer da geblieben auf dem Stand, wo sie waren. Wenn wir nicht den Trieb hätten, etwas Neues zu entdecken, dann wären wir immer geblieben, wo wir sind. Dann gäbe es vielleicht keine Kriege, aber auch keine Weiterentwicklung. Genau. Und dieser Entdecker und Forscher und neugierige Trieb, den wir da in uns haben, ist auch mit ein Grund, weshalb uns das Dunkle so fasziniert. Dieses Dunkle, das Böse ist ja auch oft das Verbotene. Das, wo wir nicht so einfach hin können, gerade seit es eben die Zivilisation gibt. Seit es die Zivilisation gibt, gibt es natürlich auch Regeln, Vorschriften, es gibt Bestrafungen. Und die Gesellschaft, wie sie sich entwickelt hat, lässt uns bequem und sicher leben. Wir können diesen Forschertrieb, diesen Abenteurergeist in uns, oft in unserem Alltag überhaupt nicht auslieben. Und genau deshalb fasziniert uns dann so diese dunkle Seite, weil wir da eben nicht so einfach hin können. Es gibt ja schon so wahnsinnig viel auf der Welt, wo wir so einfach zugreifen können. Wir haben so bequeme und sichere Leben. Dieser Abenteurer- und Forschergeist, der wird in uns oft gar nicht gestillt. Und genau deshalb fasziniert uns dann so das Unbekannte. Und das ist eben oft das Dunkle. Und genau deshalb funktioniert die Filmindustrie auch so gut, wenn es um Filme geht, in denen eben auch Gewalt herrscht. Das sind die Filme, die am erfolgreichsten sind. Weil das diesen Trieb ein bisschen in uns stillt. Also ich hoffe, ich habe das jetzt ausführlich genug erklärt, warum es diesen bösen Anteil in uns gibt. Und die nächste Frage, die ich mir jetzt eben stellen möchte, ist, wann kommt denn dieser böse Anteil in uns zum Einsatz? Und dieser böse Anteil, den jeder von uns hat, kommt genau dann zum Einsatz, wenn unser Überleben gefährdet ist. In diesen Situationen geraten der Verstand und die Vernunft in den Hintergrund. Und die Triebe und Instinkte in den Vordergrund. Wenn wir Gefahren ausgesetzt sind, übernimmt das Reptilien-Gehirn. Weil wenn das nicht der Fall wäre, würden wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und zum anderen kommt dieser böse Anteil in uns auch zum Einsatz, wenn wir vom Leben gelangweilt sind. Tatsächlich. Wenn wir nichts haben, womit wir auf einem gesunden Weg diesen Forscher und Abenteurer in uns befriedigen können. Auch dann kommt oft der böse Anteil in uns zum Einsatz. Weil das dann eine Spannung in unserem Leben erzeugt. Und wir brauchen in unserem Leben auch Spannung. Wir brauchen auch das Gefühl, mal etwas Riskantes zu machen. Wir brauchen auch das Gefühl, mal etwas Verbotenes zu machen. Etwas Neues zu entdecken. Und wenn wir da aber nichts haben auf einem gesunden Weg, dann kommt es oft vor, dass wir diese Energien in uns auf ungesunden Wegen ausleben müssen. Wie zum Beispiel, dass wir dann einen Streit provozieren. Wie zum Beispiel im Straßenverkehr. Also in der Zeit, als ich mich noch sehr machtlos in meinem Leben gefühlt habe und auch total unglücklich war, da hatte ich das öfter, dass ich zum Beispiel im Straßenverkehr mir vorgestellt habe, wie ich mit einem Maschinengewehr alles rings um mich herum niederschieße. Also solche Gedanken, wenn wir haben, zum Beispiel in Situationen, in denen wir in Stress geraten, in denen wir uns machtlos fühlen, in denen uns irgendjemand im Weg steht, in denen wir aufgehalten werden. Das ist ganz normal, wenn solche Gedanken da in uns hochkommen. Die große Kunst ist es, wie wir damit umgehen, wenn diese Gedanken in uns hochkommen. Und was wir mit diesen Gedanken machen, die da in uns hochkommen, hat etwas mit unserem Bewusstseinszustand zu tun. Es gibt Menschen, die eigentlich ein ganz normales Leben führen und trotzdem noch im Überlebenskampfmodus ihr Dasein verbringen. Und dieser Überlebenskampf kann sich halt in verschiedenen Formen ausdrücken. Es gibt Menschen, die werden tatsächlich gewalttätig, wenn sie sich angegriffen fühlen. Es gibt Menschen, die werden nicht körperlich gewalttätig, aber was ihre Kommunikation betrifft, werden die gewalttätig. Es gibt Menschen, die richten diese Gewalt komplett gegen sich selber, weil ein Teil in ihnen nicht möchte, dass sich die Gewalt nach außen richtet, aber sie auch keine Möglichkeit haben, anders diese Energie zu lenken. Diese Menschen richten dann diese Gewalt überwiegend auf sich selbst. Es kann sogar körperlich sein durch Selbstverletzung. Es kann auch gedanklich sein durch einfach diese Gedanken, wo man sich selber so niedermacht die ganze Zeit und so schlecht fühlt. Denn es ist ja etwas Böses, wenn ich diese Aggressionen in mir habe. Also das sind alles ungesunde Wege, wie wir mit diesen Energien umgehen können. Und um jetzt mal auf diese Frage einzugehen, die die junge Frau mir gestellt hat in Bezug auf die Sexualität. Warum stehen Sexualität und Gewalt überhaupt in Verbindung? Warum ist es so, dass es in Kriegen auch ganz oft ganz viele Vergewaltigungen gibt? Auch da ist es tatsächlich so, dass dieser Trieb in uns zu überleben und uns auszubreiten und Macht auszuüben, die anderen zu verdrängen und uns selber auszudehnen. Dazu führt, dass Vergewaltigungen stattfinden, weil über eine Vergewaltigung auch eine DNA weitergegeben wird. Außerdem ist der sexuelle Akt die Möglichkeit, in der ich am tiefsten in die Privatsphäre von einem anderen Menschen eindringen kann. Tiefer geht es ja nicht, in einen anderen Menschen einzudringen. Und bei den Vergewaltigungen geht es dann ganz viel um diese Machtausübung. Und in diesem Prozess der Vergewaltigung nimmt derjenige, der vergewaltigt, ja total den Raum von dem anderen ein. Er überlässt dem anderen Menschen nicht mal mehr seinen intimsten Privatbereich, sondern trinkt in den Privatbereich ein und verdrängt ihn. Wenn der Mensch in diesem Überlebenskampfmodus ist und nur noch von dem Reptiliengehirn gesteuert wird, dann hat er ja auch überhaupt kein Mitgefühl mehr. Deshalb kann sich der Machtanspruch auf den Raum, der dem eigenen Überleben dient, auch über Vergewaltigungen ausdrücken. Und wie kann es dann dazu kommen, dass ich ein positives Gefühl in mir empfinde, wenn ich an diese schlimmen Dinge wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder Sex in Verbindung mit Gewalt denke, wie kann das sein, dass es ein positives Gefühl in mir erzeugt? Das kommt deshalb zustande, weil zum einen der Sexualtrieb natürlich eine Lust in mir erzeugt, ein positives Gefühl und weil es auch ein positives Gefühl in einem erzeugen kann, wenn man Gewalt an einem anderen Menschen ausübt oder wenn man selber Gewalt erfährt. Das kann ein positives Gefühl in uns erzeugen, weil Gewalt anzuwenden eine Möglichkeit ist, Macht auszuüben. Und Macht auszuüben erzeugt ein positives Gefühl in uns. Macht jedoch auf diese grausame Art auszuüben, ist eigentlich nur Menschen möglich, die noch in dem Überlebenskampfmodus ihr Dasein verbringen und noch ein sehr großes Reptiliengehirn haben. Menschen, die schon weiterentwickelt sind und eine höhere Bewusstseinsstufe erlangt haben, die haben auch Mitgefühl in sich. Also Mitgefühl ist auch etwas, was sich im Laufe der Evolution in uns entwickelt hat. Und momentan gibt es auf der Erde eben ganz unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Deshalb kommt es immer noch zu diesen Grausamkeiten, wo man sich denkt, wie kann das denn in der heutigen Zeit überhaupt noch sein, dass die Menschen so grausam sind? Haben die denn überhaupt kein Mitgefühl? Ja, es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Mitgefühl. Macht ausübung erzeugt ein positives Gefühl an uns und Macht ausübung hat auch deshalb diesen negativen Stempel, weil in der Menschheitsgeschichte diese Macht ausübung eben häufig über Gewalt erfolgt. Genau deshalb kommen ja Menschen, die eigentlich schon weiterentwickelt sind und ein Mitgefühl haben, oft gar nicht dazu, ihr Leben eigenmächtig zu gestalten und erschaffen, weil das ganze Thema Macht in ihnen so negativ verknüpft ist. Aber es braucht diese Macht in uns, um auch die Welt in einen schönen Ort zu verwandeln. Ohne dass wir diese Macht anwenden, können wir die Welt auch nicht in einen positiven Ort verwandeln. Denn Macht gibt uns die Kraft, etwas zu verändern. Das ist eigentlich Macht in einem höheren Sinn. Jetzt möchte ich aber noch kurz über das Thema sprechen, dass es ja in den Menschen nicht nur ein positives Gefühl erzeugen kann, Gewalt an jemand anderen anzuwenden, sondern es kann ja auch ein positives Gefühl in uns erzeugen, wenn uns Gewalt angetan wird, weil es ein positives Gefühl in den Menschen erzeugen kann, so in dieser leidenden Büßerrolle zu sein. Denn unterbewusst glauben wir, dass uns diese Büßerrolle auf einer Ebene näher zu Gott führt. Und das lässt uns positiv fühlen. Ein ganz klassisches Beispiel hierfür ist die ganze Geschichte von Jesus. Er hat ja gelitten für die Menschen und das hat ihn aber auch zum Helden gemacht. Das hat ihn zu einem Menschen gemacht, der Vorbild ist für ganz viele Menschen. Also diese Rolle des Menschen, der büßen muss, der bestraft wird und der leiden muss, kann positive Emotionen in uns erzeugen, weil uns das zu einer Art Messias macht, unterbewusst. Ich kenne das von meiner eigenen Vergangenheit. Ich war früher, in sehr toxischen Beziehungen und ich wurde damals auch schlecht behandelt, teilweise auch körperlich schlecht behandelt. Aber wenn ich da so ganz tief in mich hineingefühlt habe, da war ein Teil in mir, der wollte das. Ein Teil in mir hat es provoziert, schlecht behandelt zu werden. Und heute ist mir halt einfach klar, dass es kann diesen Anteil in uns geben, dass wir bestraft werden wollen, weil wir damit zum Opfer werden. Und zum Opfer werden hat den Vorteil, dass wir nichts dafür können, dass wir bemitleidet werden, dass wir da auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir Opfer sind. Und dieses Leiden müssen kann eben auch positive Gefühle in uns erzeugen, weil wir einfach so aufgewachsen sind oft. Wann haben wir denn Aufmerksamkeit bekommen? Wir haben ja meistens nicht Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir fröhlich und lustig waren, sondern wenn wir uns irgendwie wehgetan haben als Kind. Oft war es die einzige Aufmerksamkeit, die wir überhaupt bekommen haben, wenn wir irgendwie uns wehgetan haben, wenn wir gelitten haben, wenn wir krank waren. Wenn es uns gut ging, dann wurden wir ja oft überhaupt nicht gesehen. Und aufgrund dieser vergangenen Erlebnisse in Bezug auf das Leiden hat das auch etwas Positives für uns bekommen. Und wir denken dann oft auch im Erwachsenenalter noch, nur wenn wir leiden, werden wir gesehen. Nur wenn wir leiden, bekommen wir Aufmerksamkeit. Und genau deshalb leiden viele Menschen auch so gerne in Anführungszeichen. Und hier ist es einfach an der höchsten Zeit, mal unser Bewusstsein zu erweitern, was dieses ganze Thema betrifft. Wir müssen nicht leiden, um Liebe erfahren zu können, sondern wir sollten einen positiven Umgang mit diesen ganzen Energien, die da in uns drin sind, lernen, um die Liebe erfahren zu können. In dem Beispiel mit diesem guten Gefühl, was die sexuelle Gewalt betrifft, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das Ganze ausleben. Wir können in dem Sinn damit leben, dass wir uns einfach Filme zu diesem Thema angucken, Bücher zu diesem Thema lesen und uns dabei gut fühlen. Eine andere Variante damit zu leben wäre, die sexuelle Gewalt wirklich auch in unserem Leben auszuleben im gegenseitigen Einverständnis mit einem anderen Menschen. Eine nächste Variante, das auszuleben könnte sein, irgendetwas Kreatives damit zu machen, selber Filme zu drehen, Bilder zu malen oder Geschichten zu schreiben. Eine weitere Variante damit zu leben wäre, uns im Darknet Filme anzusehen, in denen wirklich Menschen sexuelle Gewalt angetan wird. Oder eine nächste Variante damit zu leben wäre, jemanden tatsächlich zu zwingen und selbst die sexuelle Gewalt an jemand anderes anzuwenden. Letzten Endes geht es bei der Entscheidung, wie wir mit diesem dunklen Teil in uns umgehen, darum, wer wir als Mensch in unserem Leben sein möchten und in was für einer Welt wir auch leben möchten. Denn das, was wir wählen, mit diesen dunklen Trieben und Anteilen in uns umzugehen, hat einen Einfluss auf uns selbst und auf die Welt. Nun könnte man ja meinen, wenn man einfach nur Filme zu diesem Thema anguckt oder nur gedanklich darüber nachdenkt und diesen Trieb auf diese Weise auslebt, tut man damit ja nicht wirklich etwas Böses. Oder wenn man im gegenseitigen Einverständnis diesen Trieb auslebt, tut man ja eigentlich auch nicht etwas Böses. In einem oberflächlichen Sinn tut man damit auch nichts Böses in dem Sinn. Aber eins muss uns auch hier bewusst werden. Das, womit wir uns gedanklich beschäftigen, das, wohin wir unsere Aufmerksamkeit und Energie richten, ist auch das, was von uns genährt wird und hat eine Wirkung auf uns selbst und auch, wie sich das Leben auf dieser Erde entwickelt. Viel wichtiger als die Frage, warum wir sind, wie wir sind, warum wir diesen dunklen Anteil in uns haben, ist meiner Meinung nach die Frage, was wir mit diesem dunklen Anteil in uns machen möchten. Was wir mit dem machen möchten, was wir alles sind und was alles in uns steckt. Denn die Antwort auf diese Frage kreiert unsere Welt. Und ein Teil des irdischen Spiels ist es eben auch genau diese Wahl, selbstverantwortlich zu treffen. Das ist der freie Wille, den jeder von uns hat. Doch auch, wenn es um diesen freien Willen geht, braucht es ein bestimmtes Bewusstsein, um auch wirklich frei wählen zu können. Denn frei wählen können wir erst, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, wer wir außerhalb unserer Triebe und Instinkte noch sind. Solange uns unser Reptilien-Gehirn dominiert, können wir keine eigene Wahl treffen, weil wir dann von unseren Instinkten und Trieben gesteuert werden. Solange wir nicht erkennen, wer wir außerhalb des Menschseins noch sind, dass wir auch noch diese unendliche Liebe sind, dieses unendliche Bewusstsein, solange wir das nicht erkennen können, werden wir häufig von unseren Ängsten und Trieben gesteuert und entscheiden nicht selbst, wie wir handeln. Und um uns selber erkennen zu können, wer wir eben noch sind, um die Liebe in uns zu stärken und weniger von unseren Trieben und Ängsten gesteuert zu werden, braucht es die Verbindung mit unserem Inneren. Zum Beispiel über die Meditation. Denn nur wenn wir uns mit unserem Inneren verbinden, nur wenn wir wirklich das praktizieren, uns mit uns zu verbinden, können wir auch mit diesem spirituellen Teil in uns, mit diesem unendlichen Bewusstsein in Kontakt kommen. Und je näher wir in Kontakt mit diesem Teil in uns kommen, desto mehr verschwinden meiner Erfahrung nach auch diese animalischen Triebe in uns, die uns ohne Gewissen handeln lassen. Desto gelassener werden wir, desto friedlicher werden wir. Mit einem höheren Bewusstsein müssen wir nämlich nicht mehr Recht haben. Wir brauchen diese Machtkämpfe nicht mehr. Uns wird klar, dass wir um unser Überleben nicht mehr kämpfen müssen. Wir brauchen keine Gewalt mehr in unserem Leben, um unseren Abenteuergeist zu stillen. Je mehr wir mit diesem Teil in uns, mit dieser Liebe in uns verbunden sind, desto mehr können wir aufhören zu kämpfen gegen andere und vor allem auch gegen uns selbst. Und je weniger wir kämpfen, desto positiver wird sich die Welt auch entwickeln. Denn das, was momentan unsere Welt im Außen erschafft, sind hauptsächlich auch die Kämpfe in uns selber. Und wenn wir mit der universellen Liebe verbunden sind und uns klar ist, wer wir wirklich sind, dann wird uns auch klar, dass wir mit allem, was ist, verbunden sind. Und dann können wir diese animalischen Kräfte in uns in einem höheren Sinn leben. Nämlich, um damit zum Schöpfer unseres Lebens zu werden. Um das Leben hier zu erschaffen, wie wir es uns wünschen. Wenn wir diese Urkraft in uns, diese dunkle Kraft in uns, in die richtigen Bahnen lenken, dann können wir diese Welt zu einem friedlichen und liebevollen Ort machen und trotzdem unseren Abenteuergeist stellen. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt ganz gerne heute zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren konnte, Frieden mit deinem dunklen Anteil in dir zu schließen. Und dass auch dieser Anteil seine Daseinsberechtigung in dir hat und dass es eigentlich wirklich nur darum geht, einen gesunden Umgang damit zu lernen. Und das ist für jeden von uns möglich. Denn wir sind hier auf dieser Erde, um zu lernen. Wir sind nicht hier auf dieser Erde, um mit irgendetwas leben zu müssen, sondern wir sind hier auf dieser Erde, um eigenständig unsere Entscheidungen zu treffen und um zu lernen und zu wachsen, um ein Mitgefühl uns selbst gegenüber zu entwickeln, um aus unseren Fehlern zu lernen und um glücklich zu werden. Wenn es das ist, was du im Leben möchtest, dann ersetzt deine Kräfte genau dafür ein. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist und mir bis zum Ende zugehört hast. Teile diese Folge unbedingt mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit jedem Menschen, wovon du glaubst, dass sie ihm guttun würde. Ich schicke dir jetzt noch eine riesengroße Umarmung und freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielleicht bis bald. Alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir begrüßt, die Liebe in dir. Deine Andrea 20 Jahre Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020